Freuen auch Sie sich auf das Gefühl frischer, gepflegter Wäsche? Doch nur Kochwäsche wird auch wirklich keimfrei sauber. Für Textilien, die bei niedrigeren Temperaturen gewaschen werden, empfehlen wir deshalb die Impressan Hygienespüler. Dosieren Sie den Hygienespüler zusätzlich zum Waschmittel einfach über die Weichspülkammer Ihrer Waschmaschine. Die Hygienespüler beseitigen mehr als 99,9% spezieller Bakterien, Pilze und Viren. Mit dem Impressan Hygienespüler Universal schützen Sie Ihre ganze Familie so bereits bei niedrigen Waschtemperaturen. Und bei besonders sensibler Haut empfehlen wir den Impressan Hygienespüler frei von Duft und Farbstoffen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.